Die einzelnen Zellen kann man entsprechend einfärben. Dazu müssen sie natürlich vorher markiert sein und dann kann ich hier auf diesem Farbeimer entsprechend eine Farbe auswählen und in dieser Farbe erscheint dann die Tabelle. Ich kann auch einzelne Zellen hier auswählen und kann hier dann entsprechende Farben zuweisen. Ich könnte aber auch hierher gehen, ich markiere erstmal die ganze Tabelle, hier bei den Rahmenlinien, Rahmenschattierung und dann bei den Schattierungen. Hier kann ich auch nochmal entsprechend eine Farbe auswählen. Ich kann hier auch entsprechend eine Schattierung oder ein Muster festlegen, auch in einer gewissen Farbe und dann sagen, ja, Tabelle ist schon voreingestellt und dann habe ich hier zum Beispiel in der Farbe noch eine Musterung dabei.